So, und dann haben wir auch noch Donuts besorgt für die Eröffnungsfeier. Welche Donuts sind das? Wir haben jetzt hier einmal einen mit Giotto, einmal einen mit Lotus, mit den Biskuits, die es zum Kaffee gibt. Dann einen mit Toffifee und die anderen, ich weiß nicht was das ist, das sah geil aus von der Textur. So Leute, willkommen zum ersten Online-Shop-Blog. Ich habe euch ja erzählt, dass ich zusammen mit meinem Freund jetzt unseren neuen Online-Shop plane und aufbaue. Heute ist Freitag, nein, heute ist Samstag und wir eröffnen morgen, beziehungsweise heute um 0 Uhr, also am Sonntag. Wir oder ich haben uns halt gedacht, dass wir euch so mitnehmen und zeigen, was wir so bisher gemacht haben. An Silvester sind wir zum Ikea gefahren, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen für unsere ganzen Produkte, für Drucker, für Versandpapier, Versand-Mailer, für die ganzen Verpackungen, bla bla bla, brauchen wir einfach ein schönes Office-Space. Deswegen sind wir an Silvester zu Ikea gefahren und haben uns da gekauft. Einmal einen Schreibtisch, so ein Kallax-Regal und einfach, also der Schreibtisch ist so groß, da passen auch sehr, sehr viele Sachen rein. Und eben so Kleinigkeiten auch für den Shop an sich, für die Produkte. Genau, und wir werden euch jetzt immer mitnehmen und zeigen, was wir so machen. Wie gesagt, gerade ist einfach das Thema erstmal die Eröffnung. Deswegen haben wir gerade alles vorbereitet, so viele Bilder gemacht für TikTok, für Insta, für den Shop an sich. Newsletter haben wir schon verschickt an Kunden, die eben unseren Newsletter schon abonniert haben. Wir haben eine Facebook-Ad geschaltet, damit Leute sich eben für den Newsletter anmelden und dann direkt am Eröffnungstag benachrichtigt werden. Da haben wir jetzt insgesamt 100 Kunden. Ja, jetzt ist 18.30 Uhr, das heißt bis zum Launch sind noch 5,5 Stunden. Und ich muss noch ein paar Produkte einfügen in Shopify, die wir jetzt last minute, sage ich mal, noch einfügen wollen, die wir noch verkaufen wollen. Und das mache ich jetzt. Was wir dann noch machen müssen, ist den Newsletter aufbauen, den wir dann morgen früh rausschicken, damit die Kunden eben direkt früh am Morgen, am Sonntagmorgen wissen, okay, sie können jetzt shoppen. Und heute Nacht posten wir dann auf unseren Social Media Kanälen, dass wir jetzt online sind und die Kunden endlich shoppen können. Hier habe ich dann noch last minute ein paar Produkte eingefügt. Über Shopify geht das sehr, sehr leicht. Wenn ihr schon Produkte hochgeladen habt und die neuen Produkte den alten Produkten ähneln, dann könnt ihr die alten Produkte einfach duplizieren und dann da drin arbeiten. Das heißt, da habe ich jetzt nicht so lange gebraucht und dadurch, dass wir schon vorher Bilder gemacht haben und alle Bilder parat hatten, konnte ich die ganz einfach und schnell einfügen. Wir sind dann vormittags zum Ikea gefahren, um unsere Sachen abzuholen, die wir über die Click und Collect Funktion bestellt haben online. Wir haben auch ein paar Sachen für die Wohnung an sich bestellt, aber das meiste war, wie gesagt, für unser Office Space, für den Shop. Wir haben uns aber dann entschieden, doch nochmal in den Ikea reinzugehen und eben ein Kalax-Regal zu holen, den es eben online nicht gab. Wir haben uns für den entschieden, weil wir da einfach gedacht haben, dass wir da eben so viel wie möglich verstauen können. Dann haben wir natürlich auch direkt beim Ikea die Fleischböllchen gegessen. Und es hat zum Glück auch alles ins Auto gepasst. Und zu Hause angekommen, haben wir dann erstmal den ganzen Tag damit verbracht, den Schreibtisch und das Regal aufzubauen. Zu zweit geht das eigentlich sehr schnell, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und so haben wir dann unseren Silvestertag verbracht. Ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt hier bei uns aussieht. So, das ist der Schreibtisch, den wir gekauft haben. Ich werde ihn euch auf jeden Fall auch verlinken. Wie gesagt, bei Ikea gekauft. Da haben wir noch dieses Regal geholt und haben da eben auch einige unserer Produkte drin. Ich zeige euch mal, was wir hier so haben. Also da haben wir auf jeden Fall Produkte drin. Produkte, da ist so Zeug für den Versand und so drin. Mehrprodukte, Bürosachen. Hier haben wir die Jewelry Boxen für Halsketten. Die Boxen, die dann da reinkommen. Ich muss hier sagen, ich finde das Logo ist ein bisschen zu klein drauf. Aber das macht nichts. Das verbessern wir dann beim nächsten Mal. Davon haben wir jetzt, ich glaube, 60 Stück bestellt. Und ja, so sieht das Ganze eben jetzt hier aus. Es ist noch nicht fertig, so wie wir es haben wollen. Es ist jetzt noch nicht ganz so. Also wir müssen noch ein paar Sachen holen. Auf jeden Fall kann man jetzt hier viel, viel besser arbeiten. Wie ihr seht, hier ist so eine Wand, um Bilder zu machen. Da hat mein Freund gestern noch ein paar Bilder geschossen. Und deswegen sieht es hier noch so aus. Er war beim Teddy, hat noch ein paar Sachen gekauft. So Requisiten für die Produktfotografie und hat dann eben gestern geschossen. Dieses Ding hier, diese zwei Platten, die habe ich aus Amazon. Habe ich euch schon mal in dem Video gezeigt, werde ich euch aber auf jeden Fall auch nochmal unten verlinken. Und ja, hier kann man einfach sehr, sehr gut Bilder schießen damit. Die Rückseite sieht auch nochmal anders aus. Man kann entweder diese weiße Seite verwenden oder eben die andere Seite. Das ist alles, was wir benötigen. Nur eine Schieferplatte. Dann haben wir hier ein bisschen Stoff für eine Anträgtextur und zwei Farben. Was natürlich nicht fehlen darf. Eine Kerze. Eine kleine Schale. Schauen wir mal, was wir da raus zaubern können. Dann haben wir eine schöne schwarze Optik von unserer Platte. Gleich mal ein ganz Armband. Dann benutzen wir uns eine Kamera. Jetzt testen wir mal den Stoff aus. Hier zeige ich euch nochmal, wie ich Produktbilder schieße mit meinem Gimbal. Das Ding ist echt super, weil es einfach stabilisiert, wenn man über die Bilder fährt und man kann langsame Rotationen aufnehmen. Und hier nochmal eine kleine Idee, wie man Produktbilder schießen kann. Man darf es nicht zu arg übertreiben. Man muss immer noch eine schöne Fläche machen, um die Stücke aufzulegen. Hier habe ich mich dafür entschieden, drei verschiedene Sachen aus derselben Kollektion zu belichten, damit das ein schönes Gesamtbild gibt. Hier seht ihr jetzt ungefähr den Winkel, in dem ich geschossen habe. Und es ist ganz wichtig, dass man die Bilder in mehreren Formaten schießt, hochkant, quer, ein bisschen weiter weg, ein bisschen näher dran. Je nachdem, wo das Bild dann platziert werden soll für eure Werbung oder im Insta-Feed. Was wir jetzt gerade machen, ist, wir stellen jetzt die Facebook- bzw. die Meta-Ads ein. Die werden dann auf Facebook und Instagram gepublished. Und zwar, damit die morgen, am Sonntag, 8.01. live gehen, genau an dem Tag, wo unser Online-Shop eröffnet. Der Ads-Manager zeigt einem dann an, wie die ganzen Werbeanzeigen aussehen werden auf den verschiedenen Plattformen. Wie im Facebook-Feed das aussehen wird, im Insta-Feed und so weiter. So sieht das jetzt aus bei uns. Und dann können wir die Anzeige auch veröffentlichen. Ja, wir haben jetzt zwei Ads schon vorbereitet, die andere ist schon fertig gewesen. Die gehen um 0 Uhr on, wie schon gesagt. So, wir haben, bzw. Melvin hat so ein, also unser Shop heißt ja The Good Glam. Und der hat jetzt so Bluff-Ballons gekauft, einfach, weiß ich nicht, damit wir so ein bisschen Stimmung hier haben zum Eröffnungstag. Und dann haben wir auch noch direkt den guten Champagner geholt, um diesen Tag zu feiern. Da ist ja auch viel Arbeit dahinter. Dann haben wir noch Donuts besorgt für die Eröffnungsfeier. Und dann sind wir live gegangen und hatten auch schon direkt unsere ersten Bestellungen drin. Und da habe ich mir gedacht, nutze ich das mal, um auch Content zu produzieren. Für TikTok zum Beispiel, für Instagram Reels. Und habe das natürlich auch für euch direkt mitgefilmt, wie ich die erste Bestellung verpackt habe. Ich finde, man sollte wirklich alles nutzen, was möglich ist, um Content zu produzieren. Die Leute mögen es auch zu sehen, was passiert so hinter den Kulissen, wie wird meine Bestellung verpackt. Das hat auch irgendwie dann so einen persönlichen Touch. Deswegen habe ich das dann da auch abgedreht. Wie ihr seht, hinten mit meinem Handy-Stativ habe ich das Ganze dann für TikTok abgedreht. Und benutze hier auch eben die Schmuckboxen, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Hier habe ich so ganze Säckchen, in die ich dann so kleinere Schmuckstücke reinmache. Und zu jedem Paket kommt auch so ein Seidentuch, damit die Kunden eben auch ihre Schmuckstücke säubern können, sauber halten können, pflegen können. Und ich mache auch immer überall unsere Visitenkarten rein. Die habe ich übrigens von Canva. Genauso wie unsere Dankeschön-Karten, wo der Kunde nochmal einen 15% Rabattcode bekommt für den nächsten Einkauf. So als Dankeschön. Und ich finde es auch immer ganz süß, so Sticker drauf zu kleben. Da stand jetzt drauf, this package is happy to see you too. Finde ich ganz süß, wenn man das so erhält. Und hier seht ihr dann auch schon das entstandene TikTok-Video aus dieser Bestellung. Ich habe hier einfach ein paar Sequenzen mitgefilmt und dann eben zusammengeschnitten. Und direkt auf unser TikTok-Kanal hochgeladen. Und somit habt ihr eben gleichzeitig eure Bestellung verpackt. Und Content produziert. Dann haben wir uns noch dafür entschieden, ganz oldschool Flyer zu verteilen. Haben die auch auf Canva erstellt und ausdrucken lassen. Und sind dann auch direkt losgefahren. Und haben sie eben in der Nachbarschaft verteilt. Natürlich immer in den Briefkasten eingeworfen. Wo nicht drauf steht, keine Werbung einwerfen. Das war es auch schon mit dem Blog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Falls ihr hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich gerne und wir sehen uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, ich glaube, es geht, es geht, wir bacterien. Immer ist uns im nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Fuck! Untertitelung des ZDF, 2020